Auf der Rücktour von Kappeln vor zwei Tagen sind wir an der Schlei entlang gefahren und auf der anderen Seite der Schlei liegt die kleinste Stadt von Deutschland, Anis. Da hat N3 schon viel darüber berichtet und ich wollte mir diese kleine Stadt einfach mal angucken. Mit der Seilfähre ging es rüber auf die Kappeln. Auf die andere Seite zur Stadt Anis. Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht von der Stadt. Nicht mal der Bäcker hat er auf. Und im Fernsehen, da wird immer von den schönsten Ecken berichtet. Davon habe ich nicht viel gesehen. Aber meine Enttäuschung hielt sich doch in Grenzen, denn etwas weiter befindet sich ja der Ort Kappeln. Kappeln an der Schlei. Da bin ich diesmal rechts runtergefahren an den Hafen und habe beim Bäcker Günther lecker gefrühstückt. Über kurvenreiche Nebenstrecken ging es dann über die Schlei. Die Schleibrücke Lindown ist. Musik Musik Großen Dank an meine Trudel, dass sie mich 150.000 Kilometer durch die Landschaft begladet hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020